Willkommen heute zu einem Vlog. Ja, wie ihr seht stehe ich hier an einem Flughafen mit meiner Mom. Bahnhof, nicht Flughafen. Hä? Bahnhof, nicht Flughafen. Ja, ich hab... Ja, Bahnhof, Entschuldigung. Flughafen gesagt. Ähm... Ja, ähm... Und in diesem Vlog werde ich euch ein bisschen Züge zeigen. Also, seid angespannter diesem Vlog. Bis bald. Dann müsst ihr jetzt im Moment fahren. Ja. Ich mach jetzt so einen Film von... Film von Zügen. Jetzt schaut mal hin, wie cool die Haube, äh, wie cool die Haube von dem Zug aus ist. Ich find die mega geil. Jetzt guck sie hin. Mega geil sieht die aus. Seht ihr da den ÖBB Leute, der fährt jetzt ab. Ja. Warte mal, ich film das mal. Ein bisschen so in so einer Perspektive. Da müsste man sehen. Einen. Da muss man sehen. Ja. Ja. Die ist weg. So Leute. Dann bis gleich. Da ist jetzt ein neuer Zug angekommen. Eigentlich wollte ich das reinfahren. Filmen. Aber da hab ich wohl... Den Knopf nicht so richtig berührt. Hier steht ein neuer Zug jetzt. Da kommt auch wieder ein neuer an. Da seht ihr es Leute, da fährt der Zug gerade weg. Auch ne richtig coole Haube. Findet ihr nicht? Also ich find die Haube auch geil. Hier Leute, der Zug fährt jetzt auch gerade weg. Und der Zug fährt auch gerade weg. Und der Zug fährt auch gerade weg. Da steht jetzt nur noch so ein normaler. Der sieht auch so ähnlich aus wie in Deutschland bei uns. Seht jetzt Leute, da fährt der normale Zug jetzt auch weg. Ich find das immer so aus so ner Perspektive. Wenn ihr das seht. Dieser Zug fährt jetzt ab. So sehen auch ein paar deutsche Züge aus. Kennt ihr das? Also ich hab keine Ahnung. Falls ihr das seht Leute, da hinten kommt einer an. Da steht Pistro. So. Premium Standard 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 Standard. Ah. Ah. Wie seht ihr es Leute, da fährt gerade ein Zug ab. Und da kommt gerade auch noch ein Zug an. Wie seht ihr es? Nehm ich an. Wie seht ihr es? Nehm ich an. Da fährt jetzt weiter in Richtung Venedig. So. So. Dann. Dann bist du gleich gleich. Seht ihr es? Da fährt der Freccia Rossa wieder weg. O. Dann fährt er jetzt weiter here in Richtung Venedig. Auf italienisch heißt das Venedig. Ich habe aber keine Ahnung wieso, weil auf Italien ist so aus wie vor. Seht ihr es und der Zug fährt auch wieder. Seht ihr es Leute da fährt gerade wieder ein Zug ein. Da stehen auch viele Leute gerade. Und Mayday da kommt ein schneller. Da kommt wieder so ein schneller. Also die Zügel finde ich vom Style ganz cool. Sie sehen richtig cool aus. Schreibt mal... Warte mal, ich sage es euch gleich. Und ihr seht es Leute da ist nochmal so ein blauer Zug eingekommen. Und Leute schreibt mal in die Kommentare ob ihr diese Züge cool findet. Ich persönlich finde die mega cool. Also zumindest... Zumindest finde ich die Stellen hier. Cool. Also ein cooles Design quasi. Okay. So, ich werde jetzt noch ein paar Züge filmen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute ihr seht, da fährt noch ein Zug ein. Ein Doppeldecker nämlich. Und der... Und der... Frecciarossa fährt jetzt... So mal sehen. So mal sehen. So mal sehen was da noch so ein Züge kommt. Bin auf jeden Fall echt gespannt. So hier könnt ihr nochmal sehen. Und der ist jetzt weg. Ihr seht es Leute da... Jetzt kommen wir dieser Zug auf dieser Seite. Richtig nice Züge. 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 Leute ihr seht ihr den Vogel Leute. Der hat gerade. Seht ihr das? Zeht ihr das? Hier knabbert an diesem Stück voll witzig dran. Hier seht ihr das? Und der Zug fährt ab. Alles klar, meine Mutter zertretet das jetzt. Aber ich finde die Züge, aber ich finde die Züge sehen mega geil aus. So, der ist jetzt weg. So Leute, jetzt kommt ein schneller wieder. Ich filme den mal hier. Den sehe ich jetzt zum ersten Mal. Der sieht aber auch ganz geil aus. So, ihr seht es Leute, dieser Zug fährt auch wieder weg. Der sieht aber auch ganz cool aus. So Leute, da kommt nochmal ein Zug ein. So, wie ihr sehen könnt, ist nochmal ein Stück hier Rossa. Da hinten sind noch viele Waggons. So, Leute, da fährt jetzt sie weg. Wie ihr sehen könnt. So, ihr könnt. So, das war der letzte Zug heute. So, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like da und wenn ihr mehr davon seht, dann lasst gerne mal ein Abo da und eine Glocke natürlich auch, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ja, ich bin raus und ciao.